Servus Leute, heute habe ich einen Raid für euch aus dem Event mit Sanitar of Customs. In dem Fall war ich in der Nacht unterwegs und ja, da war auf jeden Fall immer volles Haus, geballte Ladung, PvP und Loot und Sanitar war natürlich auch da. Und ja, und das Ganze in der Nacht und das freut mich natürlich richtig, weil ja, nachts spiele ich sehr, sehr gerne und normalerweise ist da nicht so viel los. In dem Fall war das anders, auf jeden Fall ordentlich PvP-Action am Fort Knox. Und es gab auch die Quest Letters in dem Event und da musste man Sanitar mit jeder Waffengattung einmal killen. Unter anderem auch Nahkampfwaffe, Granatwerfer und das Ende, wie ich die Quest abgeschlossen habe, den letzten Kill, den habe ich euch noch als Szene hinten dran gepackt. Den wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten und ja, auch in dem Fall war ich in der Nacht unterwegs und war auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames Event und es gab ordentlich Action. Und schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens dazu täglicher Love of Twitch, twitch.tv slash outsider. Würde mich freuen, wenn ihr noch vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Kommentar. Lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar. Jetzt viel Spaß. Kann er aber seinen geilen Loot droppen? Nein. Aber es gibt eine Quest, dass man ihn mit jeder Waffe in etwa mal töten muss, mit jeder Waffengattung. Mal sehen, ob er hier irgendwo ist. Ah ja, wenn schon. What? Das GPVNG heißt, glaube ich, das Teure von... Peacekeeper. Weiß nicht, wo das Senator ist. Das waren seine Wachen, ne? Ich glaube, der hat aber drei Wachen, kann das sein? Senator. Ich glaube, hier hat er mehr Wachen, ja. Drei habe ich. Drei, eine Granata! Wo ist er? Ah, jetzt schreist sie nicht, okay. Ah, da ist er. What? Er stand doch da gerade. Der muss von oben schauen. Okay. Wow. Oh. 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 Ja, ein Spieler war auch schon dabei. Sehen die im Dunkeln schlechter? Ich glaube schon, ja. Was? Das Gäv? Das wäre ein Spieler. Nee, das ist das Gäv dahinten. Irgendein Spieler hat auf mich geschossen. Und genaded. Der ist immer noch so mindestens zwei. Oben im Haus ist er. Fühlt sich nach zwei Mal an, da hast du recht. Party in der Nacht. Aber ich glaube auch nur Fortnox. Looten kann ich mir hier schenken, ne? Ich warte bloß bis jemand kommt. Und ranläuft. Ja, was willst du machen? Außen rumlaufen. Kannst du dir schenken. Kriegst du aufs Maul. Haus der Wix hat sich nichts verändert, Schenkrandale. Alles wie immer. Und dankeschön für die 111 Bits. Danke fürs Ding, 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 Ding. Mal wieder. Hat jemand das zufällig hier, ne? Strom? Strom wär schön. Oh nein. Eigentlich können wir hier bloß im Fortnox rumcampen. Noch ein bisschen. Irgendwo ist halt noch einer mit Tamal. Oh. 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 Oh nein. Oh nein. Kommt nie alle her. Ambers dann Weiß nicht, ob das zwei oder drei waren. Das waren drei Nades. Dass einer zweimal genadet hat. Nutz der Klipp mal, ist gut. Ist der runtergefallen? Die sind alle, die Night Visions haben. Hey, mir wird. Übelst gegammelt. Untertitelung. Na gut, loot mal noch ein wenig. Das kommt weg. Gucken wir aber nicht hierher. Da hast du nicht mein Geer gesaved. Das wäre vielleicht etwas unklug. Factory-Exit-Key brauchst du. Und Schrampe. Keiner von den Granaten hat was? Fuck. Streets bestätigt im Q&A mit Pastille im nächsten Patch. Okay, ich glaube, wir können nächste Runde machen. Streets of Tarkov bestätigt. Okay, der Patch kommt noch dieses Jahr. Ausrufezeichen Q&A. Da seht ihr das Video mit Pastille. Er hat es gut zusammengeschnitten. Ist ein 8-Minuten-Video. Und ja, er fasst es echt gut zusammen. Muss ich jetzt hier echt mühlen? Ich will aber nicht mühlen. Und ist auch ein Spieler. Auch noch ein Night Vision. Ich lausche noch einmal rundherum. Oh, da oben ist er. Habt ihr ihn gesehen? Ah, der timet aus. Also, das ist ja bitter für ihn. Ausgetimet ist er. Das ist jetzt etwas ungünstig. Was soll ich sagen? So ist es hier noch wieder, ne? Ich will auch noch die Muten tauschen. Kann man ja nicht machen, ne? Was hat die 28,5 Ergo? Was ist das denn für eine Kniffte, Mann? Meine hat 49, 41. Da schmecken wir sie nicht hin. Das klingt tatsächlich im Stream immer krasser, als es wirklich ist. Keiner von denen hat Granaten dabei. All righty. Mann, Dano. Ob Streets Customs ablöst? Wieso sollte denn das der Fall sein? Streets ist halt eine Map und Customs ist eine Map, ne? Meinst als die Map? Nee. Keine Ahnung. Nee, nee. Also, die Scaf-Spieler. Muss langsam los hier. Das Versicherungsbetrug? Oh, ja. Das ist mir hundertprozentig bewusst. Oh, Mr. Insta. Alter. Ich glaube, den oben drauf lasse ich liegen. Bin eh voll. Ich bin eh voll. Schau noch kurz in den Senator rein. Ich denke mal raus hier. Ich hoffe, hier hockt jetzt keiner mehr. Ganz ehrlich. Oh, der XTG, mehr nicht. All righty. Packen wir's. Aber Night Raid und es war was los. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Hat man ja selten. Dafür ist das Event schon gut. Ist hier offen? Nee. Schade. Aber ja, das ist, äh... Ganz ehrlich, ich glaube, jede Runde würde zu laufen. Nacht oder Tag. Einfach, die Leute kommen aus Fort Knox angerannt. Wollen einen Senator töten. Fertig. Aus und sein Event. Ich bin begeistert. Ja, 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 ja. So. Na gut. Aber machen wir hier eine Hallo YouTube Runde raus. Ach komm, macht mal kurz Hallo YouTube. Macht mal kurz Hallo YouTube. Vielleicht verwende ich sie. Wer weiß. Ähm. Eins, zwei, drei, vier, fünf Kills. Und Senator. Und alle Full Gear. Hat man nicht so oft, ne? Macht mal Hallo YouTube im Chat. Vielleicht verwenden wir hier die Runde gleich. Oh boy. Oh Gott. Da links außen ist er Da steht er, da steht er Da ist er nicht da Hier ist er noch eine Wache Da ist er noch eine Wache Prima, Prima! Jawoll! Easy first try, als ob das ein Problem wär. Easy. Raxio, vielen Dank für's Follow, willkommen. Überhaupt kein Thema. Erster Versuch, hat sich die Tiger noch gelohnt? Erstmal noch schön zweimal da oben reingemillied. So. Aber ihr seht's, ne? Einfach anschießen. Und gib ihm. Das war ja langweilig, ja. 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 Ja.